Hallo, ich bin Dominik Burch und heute schauen wir uns die Bedeutung und die Symbolik vom siebten Haus an. Und zwar wie immer aus der Sicht der antiken und mittelalterlichen Astrologie. Und wie immer schauen wir uns zuerst quasi die Verortung des siebten Hauses innerhalb des Aufbaus der Horoskopzeichnung an. Weil die Symbolik ergibt sich dann grösstenteils aus dieser Platzierung innerhalb der Horoskopzeichnung. So, hier haben wir also wieder eine leere Horoskopzeichnung, ein leeres Rad. Und wie bei mir gewohnt in Ganzzeichenhäusern, das war das bevorzugte System in der Antike bis weit ins Mittelalter. Und das Häusersystem, das auch jetzt gegenwärtig wieder ein starkes Comeback erlebt. Und ja, ich finde das halt auch super. Gut, das siebte Haus haben wir hier. Auf der rechten Seite. Und das siebte Haus ist nun wieder ein sogenanntes angulares Haus. Das heisst, es bildet eines der vier Eckpunkte innerhalb des Horoskops. Und ist somit ein energetisch sehr starkes Haus und grundsätzlich ein positives Haus. Die grundsätzliche Bewertung ist hier positiv, weil es durch diese Angularität eben energetische Stärke und Stabilität erlangt. Dann ist hier zu sagen, dass das siebte Haus eines der Häuser ist, das nicht die Freude irgendeines Planeten ist. Wir nennen das die Freude eines Planeten. Das ist eben nicht die Freude eines Planeten. Und somit wird das siebte Haus eben nicht mit einem bestimmten Planeten assoziiert. Anders als zum Beispiel das sechste Haus, das wir uns im letzten Video angeschaut haben, wo der Mars seine Freude hat. Und entsprechend viel von der sechste Haus-Symbolik, als sich vom Mars her leitet. Im siebten Haus haben wir das nicht. Jetzt ist wichtig zu verstehen, dass beim siebten Haus, das ist ja dort, wo wir den Deszendenten drin haben, den Grad des Deszendenten. Bei den Ganzzeichenhäusern ist der Deszendent irgendwo innerhalb des siebten Hauses, immer. Und bei anderen Häusersystemen, bei den Equalhäusern oder den verschiedenen Quadranthäusersystemen, ist der Deszendent immer die Spitze des siebten Hauses. Also der Deszendent ist so oder so, unabhängig vom Häusersystem, mit dem siebten Haus assoziiert. Und was ist der Deszendent? Der Name Deszendent besagte schon, dass es der Ort, wo etwas absteigt oder untergeht. Und das ist natürlich der Ort im Horoskop drin, wo die Sonne untergeht. Also das siebte Haus, genau gesagt der Grad des Deszendenten, ist dort, wo die Sonne am westlichen Horizont untergeht. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir uns das Horoskopbild anschauen, dann müssen wir uns das immer so denken, dass wir quasi auf der nördlichen Halbkugel stehen, irgendwo auf der nördlichen Halbkugel und Richtung Süden blicken. Und wenn wir im Norden stehen und Richtung Süden blicken, dann ist halt eben die linke Seite vom Horoskopbild, das ist der Osten, das erste Haus ist quasi das östliche Haus, der östliche Horizont. Und das siebte Haus, beziehungsweise die rechte Seite vom Horoskopbild ist dann eben der Westen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil wir gerade in unseren Kulturenkreisen, wenn wir uns eine Karte anschauen, erst einmal dann die Vogelperspektive haben und dann eben Ost und Westen natürlich genau umgekehrt sind. Aber hier ist es so, wie ich es gesagt habe. Also ganz wichtig hier auch für die Symbolik zu verstehen, das siebte Haus ist dort, wo die Sonne untergeht. Das ist quasi dort, wo das Tageslicht stirbt. So ein weiterer wichtiger Punkt, um die Symbolik vom siebten Haus zu verstehen, ist das Aspektverhältnis zum ersten Haus. Und das siebte Haus steht natürlich in einem Oppositionsaspekt oder Diameteraspekt zum ersten Haus. Das erste Haus sieht das siebte Haus aus der Sicht einer Opposition. Und das ist ganz wichtig. Denn die Opposition oder der Aspekt der Opposition ist von der Natur her so wie Saturn. Das ist ein saturnischer Aspekt. Und das spielt dann auch wieder in die Symbolik hinein. Wir haben also bis zu einem gewissen Grad haben wir im siebten Haus was mit saturnischen Qualitäten zu tun. Und dann letztlich auch ganz wichtig ist natürlich wie immer, dass wir uns die Achse als Ganzes anschauen. Also die erste Haus, siebte Hausachse in diesem Fall. Das ist ja auch ganz wichtig, ja. Okay, und mit dem haben wir eigentlich die wichtigsten Elemente, aus denen sich quasi die ganze Symbolik herleitet. Für das siebte Haus haben wir jetzt eigentlich schon beisammen. So, welche Symbolik und welche Bedeutungen können wir nun aus diesen verschiedenen Puzzlestücken, die wir uns soeben zusammengetragen haben, herleiten? Das erste habe ich ja bereits erwähnt. Das siebte Haus ist dort, wo das Licht des Tages stirbt, weil das der Ort ist, wo die Sonne untergeht. Und tatsächlich ist es so, dass gerade in der frühen Astrologie zuweilen das siebte Haus auch mit dem Thema Tod assoziiert wurde. Wir haben ja bereits gesehen, dass das vierte Haus die Todesthematik in sich trägt, auch wenn das nicht das wichtigste Thema ist im vierten Haus. Aber wir haben es jetzt hier wieder im siebten Haus. Und wie wir dann im nächsten Video sehen werden zum achten Haus, ist dann vor allem das achte Haus dreht sich um das Thema Tod noch viel stärker. Aber wir sollten dennoch nicht vergessen, dass auch im siebten Haus spielt dieses Thema irgendwie mit rein. Aber sehr oft wird das dann so interpretiert, dass im siebten Haus geht es weniger um den Tod an sich, also den biologischen Tod, sondern es geht eher um eine Art Tod im übertragenen Sinne. Quasi wo Dinge oder Prozesse einen Abschluss erlangen oder vervollständigt werden. Vielleicht das wichtigste Thema, das mit dem siebten Haus assoziiert ist, ist das Thema Partnerschaft. Das siebte Haus ist das Partnerhaus schlechthin. Und wenn wir natürlich von Partnerschaft reden, dann geht es ja auch irgendwie um das Thema Vervollständigung. Und wir haben ja gesehen, dass das siebte Haus in einem Achsenverhältnis steht zum ersten Haus. Das bildet quasi mit dem ersten Haus zusammen eine Achse. Und die beiden Häuser, erstes Haus, siebtes Haus, sind in dem Sinne komplementär. Und in der traditionellen Astrologie ist es halt eben so, wie wir auch bereits gesehen haben, dass, wenn es dein Horoskop ist, das wir uns anschauen, dann bist du das erste Haus. Das erste Haus repräsentiert dich als Person, als Menschen, deine Lebensenergie sozusagen. Und dann ist, was ist komplementär dazu? Das ist halt der Partner oder die Partnerin. Wenn wir uns das menschliche Leben ein bisschen allgemein anschauen, dann haben wir hier quasi diese Vervollständigung in Form eines Partners. Und das ist dann eben das siebte Haus. Und das siebte Haus sagt uns nun also etwas über das Thema Partnerschaft. Und Partnerschaft hier immer im Sinne von einer dauernden, einer längerfristigen Partnerschaft. Nicht nur die kurze, nicht den One-Night-Stand oder sowas, sondern wirklich eine länger dauernde, feste Beziehung, wenn wir jetzt von einer Liebesbeziehung sprechen. Oder eine Ehe zum Beispiel. Oder halt eine eingetragene Partnerschaft oder wie auch immer. Und das siebte Haus sagt uns dann etwas aus über die Qualität der Partnerschaft. Allenfalls auch, ob es vielleicht nur eine feste Partnerschaft im Leben gibt oder ob das vielleicht mehrere Partnerschaften sind, quasi serielle Monogamie oder sowas. Und natürlich auch quasi über die Qualität im Sinne von, ist es eher ein einfaches, freudiges oder positives Thema im Leben des Geborenen oder eher schwierig. Wird man eher glücklich in einer Beziehung oder ist das eher ein Frustrationsthema? All diese Themen, für all diese Themen schauen wir uns das siebte Haus beziehungsweise natürlich den Herrscher des siebten Hauses uns an. Und dann wurde das siebte Haus aber auch immer angeschaut als von der Symbolik her. Alles, was mit Frauen grundsätzlich zu tun hat. Und das ist noch interessant, kulturgeschichtlich, weil heute die ganz, ganz grosse Mehrheit von Astrologie-Interessierten oder auch Klienten und auch Praktizierenden sind Frauen. Ja, heute der Großteil meiner Klienten sind Frauen. Und das geht den allermeisten Astrologen gleich. Früher war das umgekehrt. In der Antike waren fast nur Männer. Die grosse Mehrheit derjenigen, die Astrologie praktizierten und konsumierten, waren Männer. Und deshalb ist es so, dass, wenn wir uns die alten Texte anschauen, dann ist das halt immer so aus der Perspektive von männlichen Klienten. Mit dem im Kopf ist es spannend zu sehen, dass eben das siebte Haus wurde einfach generell mit dem Thema Frauen assoziiert, weil das dann quasi die potenziellen Partnerinnen waren. Heute können wir vielleicht das schon genereller sehen. Einfach alles, was potenzielle Partner sind. Wenn du eine heterosexuelle Frau bist, dann zeigt das wahrscheinlich dann das Thema Männer an. Oder wenn du ein homosexueller Mann bist, dann zeigt das auch das Thema Männer an oder so. Vermute ich jetzt mal. Das ist ein bisschen spekulativ. Aber früher war es Frauen allgemein. Und dann aber auch natürlich zum Beispiel Konkubinen oder Affären und so weiter. Das zeigt uns auch das siebte Haus plus natürlich siebte Hausherrscher an. Aber natürlich eben auch die Partnerin oder den Partner, den Ehepartner, die Ehepartnerin. Was das für ein Mensch ist, natürlich etwas absackt und allgemein. Aber vor allem zeigt uns das siebte Haus quasi die Energie an, die wir im Thema Beziehung bei diesem Menschen antreffen. Also wenn es dein Horoskop ist wieder, dann zeigt uns das siebte Haus quasi die energetische Qualität für das Thema Beziehung in deinem Leben an. Und dann ist das siebte Haus auch ein Haus, das etwas aussagt über das Thema Sexualität. Wir haben gesehen, dass schon das fünfte Haus was mit Sexualität zu tun hat. Und das fünfte Haus ist von allen Häusern das erste Haus, das man sich anschauen würde zum Thema Sexualität. Nicht das achte Haus. Das ist ein Ding der modernen Astrologie. Du wirst dann im nächsten wieder sehen, das achte Haus hat aus Sicht der traditionellen Astrologie überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Also entweder fünftes Haus, wenn es quasi Sex zum Spass ist, halt sehr venusisch und so. Aber wenn wir dann uns das Thema Sexualität innerhalb einer festen Beziehung anschauen, dann ist es wieder das siebte Haus. Also auch Sexualität siebtes Haus. Und dann wenn wir nochmals zurückkommen zu diesem Achsenverhältnis, erstes Haus, siebtes Haus. Also quasi das Ich und das Du, das Gegenüber, dann haben wir eben diese Komplementarität von Ego und Alter. Oder vom Selbst oder von sich selbst und dem Anderen. Das siebte Haus ist eben dann der Andere, das Gegenüber oder das Du. Und das erste Haus ist dann quasi das Ich. Schön ist eigentlich, wenn man sich das ein bisschen philosophisch überlegt und ich deute das jetzt hier nur mal an, ist eben immer dieses komplementäre Denken, das wir quasi in der alten Astrologie drin haben. Dass wir uns nicht das Ich quasi als getrennt vom Du denken können, sondern dass durch dieses Achsenverhältnis eine Komplementarität, eine Art Einheit entsteht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Gut, und dann hat das siebte Haus halt auch etwas mit dem Thema Partnerschaft zu tun, in einem sehr viel weiteren Sinn. Also es geht nicht nur um Partnerschaft im Sinne einer Liebespartnerschaft oder Ehe oder was auch immer, sondern es geht um jegliche Form von Partnerschaft. Und das können zum Beispiel eben auch sein, Geschäftspartner zum Beispiel. Überall, wo man mit einem Du zu tun hat. Aber vor allem das siebte Haus hat so ein bisschen eine Qualität von Dauerhaftigkeit, also etwas, was über längere Zeit andauert, eine Partnerschaft über längere Zeit dauert. Und auch etwas, was mit Verträgen zu tun hat. Verträgen, das müssen nicht unbedingt schriftliche Verträge sein, das können auch quasi einfach gesellschaftliche oder Verhaltensverträge oder sowas sein, wo einfach quasi uns die Kultur in eine Art Vertragsverhältnis, quasi inoffizieller Vertrag, wie man sich quasi verhält, bringt. Also das siebte Haus hat dann mit allen Arten von Vertragsverhältnissen zu tun, auch von Vereinbarungen und alles, was halt so Interaktionen sind, Geschäftsverhältnisse oder auch zum Beispiel, wenn man auch zum Beispiel auch wieder mit Klienten, wo auch quasi wieder ein Vertragsverhältnis da ist, vor allem wenn es dann sicher wiederholende Klienten sind, wo man nicht nur einmal quasi Kundenkontakt hat, sondern dann immer wieder oder über längere Zeit, dann ist das auch siebtes Haus. Und dann ist das siebte Haus dann eben immer, wenn wir von Partnerschaften und solchen auch Geschäftsbeziehungen und so sprechen, dann ist das siebte Haus immer der andere, eben nicht ich, sondern der andere, das Gegenüber, der Geschäftspartner. Und dann ist aber auch ganz spannend, und jetzt kommt quasi der Saturn ins Spiel, den wir gesehen haben, durch den Oppositionsaspekt. Und der Aspekt sagt uns ja schon Opposition, das siebte Haus hat immer auch etwas Konfliktives. Ja, und zum Beispiel auch bei Geschäftsverträgen, bei Kundenverhältnissen und so, ist da oftmals auch ein bisschen so eine, man muss ja dann vielleicht verhandeln und so, und dann hat das so eine oppositionelle Qualität zuweilen, so eine saturnische Qualität. Und tatsächlich ist es so, dass das siebte Haus dann eben auch mit Streit assoziiert wird. Eine der alten Bedeutungen vom siebten Haus ist Streit, Konflikte bis hin zu Krieg. Ja, das siebte Haus kann sogar das Thema Krieg symbolisieren, weil es eben um die Opposition geht von einem Ich und einem Du oder zwei Parteien oder Nationen oder was auch immer, die dann quasi im Konflikt sind. Ja, dann haben wir auch wieder siebtes Haus. Oder auch Rechtsstreite. Wenn es ein Rechtsstreit ist, dann ist es auch ein Siebthaus-Thema unter anderem. Alles, was ein Gegner ist oder sogar ein Feind, ein offener Feind, offene Feindschaften, das ist auch siebtes Haus. Und das können wir natürlich ein bisschen drüber schmunzeln. Okay, wie kommt es jetzt, dass das Partnerschafts- und das Ehehaus, das siebte Haus, was mit Krieg und Streit und offenen Feindschaften zu tun hat, ist vielleicht nicht so romantisch, aber vielleicht gar nicht so weit weg von der Realität. Man muss ja nur mal mit einem Scheidungsanwalt sprechen und wir haben das, glaube ich, ziemlich schnell bestätigen können, dass eben halt das Thema Ehe oder Beziehungen sehr oft in einen offenen Krieg ausarten kann. Wenn man uns anschaut, wie oft geschieden wird und wie oft solche Scheidungen dann in einen langen, schrecklichen Rechtsstreit ausarten. Wer auch immer, das ist alles siebtes Haus von der Thematik her. Also, wie du gesehen hast, es ist also viel mehr als nur einfach die romantische Beziehung, die romantische feste Beziehung, also die Liebesbeziehung. Das siebte Haus ist nicht einfach das Liebeshaus. Wenn es um Liebe in einem so wirklich, sage ich, rosa-rote Brille, Art von Liebe, dann schauen wir uns eher das fünfte Haus an. Aber beim siebten Haus geht es dann schon ein bisschen ins Formelle rein, wo man dann wirklich auch Strukturen schafft. Ja, hier kommt wieder ein bisschen der Saturn mit rein. Das siebte Haus hat so etwas Strukturelles irgendwie. Und da halt immer auch mitschwingend das Thema von Konflikt und Streitigkeit und so, das siebtes Haus. So, ich hoffe aber, dass du jetzt nicht in einem Konflikt mit diesem Video stehst und falls nicht, dann bitte gib diesem Video einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, damit du auch weiterhin diese leeren Videos zu den astrologischen Häusern und anderen Themen der Astrologie mitbekommst. Vor allem auch, wenn dich mal diese vielleicht etwas andere Perspektive der antiken und mittelalterlichen Astrologie interessiert. Ja, dann bleib diesem Kanal treu. Das würde mich sehr freuen. Und ich danke dir für dein Interesse und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.